Jetzt geht es um den Megatrend Manifestieren. Das ist ja jetzt so seit 10 Jahren oder vielleicht erst seit 8 Jahren der Trend auf YouTube, Instagram, TikTok. Es geht ums Manifestieren. Alle wollen manifestieren und jeder weiß es. Ich habe selbst mit Kurt Tepperwein 70 Interviews gemacht zu dem Thema. Die Frage ist jetzt beim nächsten Gespräch hier bei mir, wann funktioniert Manifestieren? Wann funktioniert es nicht? Und vor allem, was ist das Entscheidende, dass es funktioniert? Das wirst du jetzt hier bei mir erfahren. Es geht jetzt darum, wann Manifestieren funktioniert und wann es nicht funktioniert. Und was ist das alles Entscheidende, dass es funktioniert? Das wirst du jetzt hier bei mir im nächsten Gespräch erfahren. Ich bin Bettina Geidner und ich würde mich sehr freuen, wenn du mich abonnierst. Dazu musst du die oberste Glocke auf YouTube drücken. Dann wirst du informiert, wenn ein neues, bewusstseinserweiterndes Interview von mir hochgeladen wird. Würde ich mich sehr freuen. Und jetzt geht es los mit dem Interview mit Katrin Anna Günther. Wunderbar, dass du hier bist bei mir im Studio und dass wir jetzt das Gespräch führen können zu dem echt spannenden Thema. Ja, ich danke, dass ich hier bin. Schön, ich freue mich. Also es ist ja so, du bist ja praktisch systemische Coach, du bist Heilpraktikerin, du bist aber auch Chemikerin, also deprimierte Chemikerin. Also du hast schon einen sehr breiten Hintergrund, würde ich jetzt mal sagen. Und du hast dich natürlich in deiner 30-jährigen Praxis, in der du Menschen behandelst, mit sehr vielen, sage ich mal, geistig, seelischen, psychischen Themen, aber auch mit körperlichen Krankheiten beschäftigt und natürlich viel Erfahrung gesammelt. Und du hast auch jetzt ein Buch geschrieben, da geht es eben auch darum, Gas zu geben, ohne auszubrennen. Ich finde, das Wichtige an dem ganzen Thema manifestieren, in die Fülle kommen, sich Wünsche erfüllen, Lebensziele verwirklichen. Das Wichtige ist doch bei allem, was einem das eigene Herz sagt. Also was die Herzenswünsche sind und nicht die Kopfwünsche. Oder was sagst du? Genau. Also die Kopfwünsche erfüllen sich ja nicht. Also wenn es jetzt um Manifestationen geht, dann manifestieren wir alles, was wir in unseren Gedanken haben und was wir fühlen. Das heißt, das Thema ist ja, dass wir unsere Gedanken kontrollieren sollten und uns genau überlegen sollten, was will ich denn in meinem Leben? Da sind wir wieder bei der Vision. Was habe ich denn für eine Vision von meinem Leben? Und was habe ich für Ziele? Wie sind meine Werte? Was ist meine Mission in diesem Leben? Ja, also mein Warum. Warum will ich das machen? So, das muss ich vorher alles ja wissen. Ja, deswegen ist es immer schön, ein Vision Board zu machen. Ja, wenn ich mir was manifestieren möchte. Ansonsten manifestieren wir ja unbewusst jeden Tag. Die ganze Zeit. Permanent. Das wollen wir dann oft nicht, dieses Leben. Was ich halt erlebe ist oder was ich selbst erfahren habe, ist, dass manche Sachen funktionieren einfach nicht. Und ich habe bemerkt, dass da bestimmte Glaubenssätze, die ich habe, die Erfüllung verhindert haben. Das heißt, ich glaube persönlich, die innere Einstellung zu mir selber ist das, was wichtig ist, damit ich überhaupt meine Wünsche erfüllen kann. Dann würdest du dem so zustimmen, dass das Entscheidende bei dem ganzen Manifestieren, bei der Manifestiererei ist, welche, ob ich mich selber akzeptieren kann, ob ich meine Glaubenssätze aufgelöst habe, ob ich gut mit mir selber klarkomme. Ich glaube, das ist doch das Wichtigere bei dem ganzen Prozess des in die Fülle kommens. Ja, das Schwierige ist, guck mal, wir haben ja weit über 300.000 krankmachende oder einschränkende Glaubenssätze in uns. Also wir können niemals alle lösen. Genau. So, das heißt, wir brauchen ja nur auf unser Leben schauen, dann wissen wir ja, wie wir denken. Genau. Ja, weil wir das ja direkt manifestieren im Außen. Also gespiegelt bekommen. Genau. Und wenn es klassisch ums Manifestieren geht, dann sollte ich mir schon Gedanken machen um meine Gedanken. Das Erste ist, ja, glaube niemals deinen Gedanken, ja, weil die uns ja alles Mögliche vorgaukeln. Das ist ja dieses, das Hauptthema. Und dieses Training, mal 14 Tage, wirklich die Gedanken zu kontrollieren. Es ist ein Training, eminent wichtig, aber sehr schwierig am Anfang, weil dann nach den 14 Tagen wird es einfach. Aber die ersten 14 Tage wirklich immer wieder mal innezuhalten und zu sagen, okay, was habe ich denn gerade gedacht? Das ist entscheidend, bevor es überhaupt ans Manifestieren geht. Weil alles, was wir im Hier und Jetzt gerade jetzt tun, bestimmt ja unsere Zukunft. Ja, jede Sekunde bestimmt ja unsere Zukunft. Das ist ja Manifestation. Manifestation. Genau. So. Und sich jetzt bewusst hinzusetzen und zu sagen, okay, ich möchte das und das und das und das. Das geht ja immer nur ums Haben-Wollen. Haben-Wollen ist ja Mangel. Ja, es geht ja darum, wer möchte ich sein? Ja. Ja, das Sein. Aber um das zu sein, muss ich was tun. Und das Tun ist wiederum, die Gedanken zu kontrollieren, weil alles steht und fällt mit unseren Gedanken. Gedanken. Und wenn wir die Gedanken nicht unter Kontrolle kriegen, dann werden wir immer ein Leben haben, was wir uns vielleicht gar nicht wünschen, weil wir es anders wollen. Ja, aber das mit der Gedankenkontrolle ist nicht so einfach, weil man hat nicht jeden Gedanken in der Hand. Man kann es nicht immer steuern. Das ist ja der Punkt. Training. So wie wir eine Muskel trainieren, wir müssen alles trainieren. Ja, die Wiederholung ist es ja. Die Wiederholung, die Wiederholung. Und du weißt ja selber, wenn du mal irgendein Buch liest oder mal ein Hörbuch hörst oder was auch immer oder selbst hier unser Interview nachhört, ja, dann hörst du beim zweiten Mal was ganz anderes raus. Beim dritten Mal was ganz anderes raus, ne. Weil wir nehmen in der Regel ja nur fünf Prozent bewusst wahr von dem, was wir hören, ne. Und so ist das eben, wir hören ja uns selbst nicht immer zu. Also manchmal schon, manchmal nicht, ne. Das heißt, ich muss ja immer wieder innehalten im Moment, was habe ich eigentlich gerade gesagt? Genau. Was habe ich eigentlich gerade gedacht? Und das mal 14 Tage trainieren. Und was könnte die Übung sein, dass man sich einen Timer stellt, der alle paar Minuten geklingelt, um mal kurz, oder ich glaube, es ist doch eigentlich so, dass es vor allem wichtig ist, wenn ich ein negatives Gefühl habe, nachzugehen, was ich jetzt denke. Weil das ist dann das Entscheidende, was doch auch der negative Glaubenssatz vielleicht ist, oder? Ja, die Gefühle, das ist wie ein Enter-Knopf, ne. Die Gefühle sorgen ja dann letzten Endes dafür, dass es sich dann manifestiert, ne, unter anderem. Also ich habe es so gemacht, ich hatte mir wirklich hier einen Gummi genommen, einfach einen ganz normalen Haargummi. Und immer, wenn ich gemerkt habe, ups, was hast du denn jetzt gerade gedacht, was ungünstig war, habe ich den geschnipst. Ja, das heißt, ich habe es verbunden in dem Moment mit einem kleinen Schmerz. Mit einer kleinen, ja. Weil der Mensch, wir sind fast alle so gepolt, dass wir über Schmerz lernen, kaum über Freude. Leider Gottes. Ja, und das hat mir sehr, sehr gut geholfen, weil ich dadurch mich erinnert habe. Cool. Wups, schon wieder. Ja, bumm, ja. So, und das dauert gar nicht lange, dann brauchst du irgendwann den Gummi nicht mehr. Ja, aber das hilft sehr, sehr gut, um sich dessen bewusst zu machen, wie oft, gerade am Anfang, ja, wie rot das dann hier wird, wie oft man eigentlich negativ denkt oder was ausspricht, was eigentlich jetzt nicht angebracht wäre, ja, oder war. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Übung. Und so trainiert man sich, oder das ist zumindest eine Übung, es gibt sicher noch viele, viele andere, aber das war jetzt so meins. Und so trainiert man sich raus aus diesem permanenten negativen Gejammer, negativen Gedanken, ja, diesen ganzen Mangelgedanken. Aber die Frage ist, reicht es die Bewusstmachung oder muss ich den Gedanken auch ersetzen? Erst musst du dir wieder bewusst machen. Das ist immer das Gleiche, die gleiche Formel. Anerkenn, was ist. Erstmal musst du dir bewusst werden, wow, was habe ich denn gerade schon wieder gedacht. Weil der Witz ist ja, das, was wir denken, denken wir nicht nur einmal. Wir denken ja jeden Tag das Gleiche. Ich glaube, 80 Prozent, die gleichen, oder? Immer die gleichen Gedanken. So, und wenn du die gleichen Gedanken schon mal aufgreifst, dann bist du schon mal sehr weit, ne? Genau. So, und du kannst natürlich deine Hauptglaubenssätze, die sich rausschälen, aufschreiben und dann einen richtigen, ordentlichen Glaubenssatz draus machen, ja. Oder meine CD, die ich schon zehn Jahre, die hilft ja schon zehn Jahren Menschen, ja, aus dieser alten Gedankenwulst, das ist ja Wahnsinn, was wir so denken, ja, rauszukommen. Und dann eine positive Gehirnwäsche zu machen. Aber jetzt ist es wichtig, jetzt zum Beispiel eine, eine, sagen wir mal, eine Frau möchte jetzt ihre Berufung leben und möchte jetzt etwas ganz anderes machen, möchte ein Geschäft aufmachen. Sie war vorher Buchhalterin und möchte ein Geschäft aufmachen. Jetzt muss sie ja aber irgendwie ein anderes Glaubenssystem in sich entwickeln, dass sie in der Selbstständigkeit auch überleben kann und so weiter. Wie kann sie jetzt einen neuen Glaubenssystem, der ihr die Kraft gibt, um etwas zu manifestieren, auch wirklich verankern, dass sie das auch glaubt, dass sie den neuen Glaubenssatz auch glaubt und sich nicht nur vorsagt? Ja, da sind wir wieder bei der Vision. Es geht daran nichts vorbei. Das heißt, wenn sie Buchhalterin ist und sagt, okay, ich möchte aber eigentlich ein schönes Geschäft machen, wo ich Sachen verkaufe, weil ich habe auch eine kreative Seite. Dann ist es einfach so, dann muss sie sich dieses Bild, also idealerweise auf dem Vision Board, ja, mit einem tollen Gefühl dazu, mit dem richtigen Glaubenssatz schon drunter schreiben, dieses Bild dazu, wie sie sich im Geschäft sieht, wie sie Menschen berät, ja, wie sie das macht, was sie erfüllt. Ihre Vision eben, ja, das muss sie quasi idealerweise auf dem Vision Board dort niederkleben oder schreiben, ja, also das ist das Simpelste eigentlich, dass wir jeden Tag sehen, was wir wollen, ja, wer wir sein wollen in dem Fall, ja, und dann kommt wieder das Haben und dazwischen liegt das Tun. Ja, immer wieder das Gleiche, es ist nichts Neues, es ist immer wieder das Gleiche, es muss nur umgesetzt werden. Also das Einfachste ist, sich ein Vision Board zu erstellen, das hat man dort hängen, wo man immer dran vorbeikommt, das guckt man sich jeden Tag an. Meins hängt zum Beispiel im Bad, ja, da habe ich das hängen und wenn ich auf Toilette sitze, gucke ich automatisch dahin, gucke ich mir jeden Tag an, also zweimal am Tag, auf jeden Fall morgens, auf jeden Fall abends, gucke ich auf mein Vision Board und weiß genau, wo ist meine Richtung. Wer möchte ich sein? Meine Richtung, meine Vision hängt dort und es ist so, es hängt schon lange da, es wird dann ein bisschen verändert oder so, aber prinzipiell und ich merke, wie ich Schritt für Schritt, da gehört auch mein Buch dazu, Schritt für Schritt das umsetze, automatisch, weil dein Unterbewusstsein zieht dich dahin, also du kommst dorthin, das heißt nicht Zauberei, du musst nichts mehr tun, ganz im Gegenteil, du musst dafür natürlich was tun, aber du kennst den Weg. Das ist doch wie, wenn ich irgendwo hin möchte, einen Berg hoch, ja, dann ist es doch gut, wenn ich eine Landkarte habe und weiß, wie komme ich da hin. Jetzt muss ich erzählen, das ist lustig, dass es stimmt, dass dieses funktioniert, obwohl ich jetzt kein Vision Board habe, aber ich habe mir ein Kinoplakat von einem Film, den ich sehr gut fand, der heißt Ein Glücksfall. Ich habe mir dieses Filmplakat übers Bett gehängt, tatsächlich hatte ich jetzt die letzten Tage oder Wochen so viel Glück, ich habe sogar im Lotto gewonnen. Das ist unmöglich, also man kann auch so sagen, dass es funktioniert, obwohl es gar keine Absicht war, nur glückliche Zustände, glückliche Zufälle, also es funktioniert definitiv. Aber wenn man jetzt also an sich arbeiten möchte und praktisch eine Vision hat oder etwas manifestieren möchte, was Großes, was sind die wichtigsten Schritte, wie fange ich an? Also ganz, ganz einfach, indem ich mir ein Vision Board erstelle, wo ich mich automatisch damit beschäftige. Das heißt mit meiner Vision, was möchte ich denn überhaupt? Weil wenn ich dem Unterbewusstsein kein Bild gebe und kein Gefühl, wird es das nicht manifestieren. Wir brauchen das Bild und wir brauchen das Gefühl. Und das Gefühl habe ich schon, wenn ich mein Vision Board erstelle, da habe ich schon, das mache ich ja schon mit Freude. Das kann ich natürlich auch digital machen, mit Mindmovie. Ja, Mindmovie kann ich dort speziell meine Bilder erstellen, beziehungsweise meinen Film. Aber ich kann das auch mit dem Board machen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Wenn ich alles nur immer mental mache, komme ich nicht weiter. Ich muss alle Sinne nutzen, alles. Das heißt, dieses mit den Händen arbeiten, dieses Vision Board erstellen oder digital erstellen, mich mit meinem Leben beschäftigen. Und das mache ich mit dem Vision Board oder mit dem Mindmovie. Ich beschäftige mich mit meinem Leben, mit dem, was ich möchte. Wie soll es denn sein? Du hast ja aus deiner Erfahrung, aus deiner Praxiserfahrung heraus auch eben dieses Buch geschrieben. Und da geht es auch darum, in die Fülle zu kommen. Was gibt es denn jetzt auch für konkrete Übungen zum Beispiel, damit jemand in die Fülle kommt? Aus dem Buch heraus, was wäre denn dann, beschreib bitte nur die Übung, wir können es jetzt nicht machen. Aber könntest du mal beschreiben, wie man so eine praktische Übung anwenden kann? Genau, ich habe verschiedene Übungen drin. Und es macht auch Sinn für die Leute, die sich dieses Buch bestellen, dass sie diese Übungen dann, also ich habe zwei Imaginationen drin, dass man sich die drauf spricht auf das eigene Handy und sich dann schön hinlegt und sich das dann immer wieder, idealerweise jeden Tag natürlich, reinzieht entsprechend. Ich habe auch eine Brückenübung drin, die einfach auch ganz einfach ist und ganz schnell geht und einfach visualisiert zum Beispiel, also es gibt zwei Ufer, dazwischen ist ein großer Fluss, darüber ist eine Brücke, ja, so. Auf dem einen Ufer, da ist meine Vergangenheit, das Alte, ja, das, was ich quasi ablegen möchte, so. Und der Sinn ist, dass du dir das dort im Bild und Gefühl klar machst. Also du stehst auf der einen Seite, entweder mit einem Menschen, den du ablösen möchtest oder mit einer Sache, ja, es spielt keine Rolle, irgendwas, was du loslassen möchtest. So, das machst du auf dieser Seite des Ufers quasi, mit dann, mit den entsprechenden Glaubenssätzen, die dann dazu notwendig sind, dass du es loslassen kannst. Und danach gehst du wirklich ganz bewusst über die Brücke drüber in dein neues Leben. Und wenn du schon über die Brücke gehst, fühlst du schon, wie sich, wie das hinter, wie du das hinter dir lässt, ja, dieses Alte quasi und dann in dein neues Leben gehst. Und das ist wichtig, dass du dann schon weißt, wie soll denn dein neues Leben sein. Genau. Ja, und das weißt du, wenn du vorher dein Vision Board gemacht hast, ja, wenn du deine Vision kennst, beziehungsweise deine Ziele, wenn du weißt, wer möchtest du denn sein. Und diese ganz einfache Übung, wenn du die machst, einfach regelmäßig, zwischendurch auch mal, ja, das ist ja alles Übung, Wiederholung, dann kommst du ganz relaxed, wirklich ohne Druck, spielerisch, regelrecht in dein neues Leben. Was war denn das Schönste, was du selbst manifestiert hast? Hm, gute Frage, gute Frage. Ich glaube, mein größter Herzenswunsch war immer, mein Buch zu schreiben oder erst mal das erste Buch zu schreiben, mein Baby. Ansonsten, alles, was in meinem Leben passiert ist, habe ich ja bewusst manifestiert. Also, seit ich meine Praxis damals vor 30 Jahren quasi eröffnet habe, alles das, Menschen zu helfen, glücklicher, dass sie glücklicher werden, gesünder werden, das, ja, das ist so eine, das ist eine Mission, dafür stehe ich auf. Und dazu gehören eben diese ganzen Aspekte jetzt und unter anderem eben auch dieses Buch, das gehört, das ist so ein Teil von mir. Aber nochmal, trotzdem sage ich, dass das alles Entscheidende die Einstellung ist zu mir selber, damit ich überhaupt was verwirklichen kann, oder? So kann man doch sagen. Jetzt ist es aber so, dass viele Menschen gar nicht drauf kommen, überhaupt an ihrer Einstellung zu arbeiten oder sich zu verändern oder auch mutig zu werden oder weiter zu werden und sich auch, also man bleibt immer in der Komfortzone. Jetzt ist aber notwendig für meine Vision, für das, was ich manifestieren will, dass ich aus der Komfortzone rauskomme. Was hilft denn, aus der Komfortzone rauszukommen, wenn es nicht das Leiden ist? Gibt es noch was anderes? Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, die Angst. Ja, man erwartet jetzt was anderes, aber die Angst ist es. Weil die Angst zeigt mir, dass ich wirklich aus der Komfortzone rausgehe. Solange ich innerhalb meiner Komfortzone bin, habe ich keine Ängste. Ah ja, genau. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den nächsten Schritt gehe, sagen wir mal, auf die Bühne gehe, vor vielen Menschen spreche. Ja, genau. Ja, das ist doch so, da wird es doch vielen mulmig. Ja, ja. Ja, so. Und das ist so der nächste Schritt, aus der Komfortzone rauszugehen. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten wieder, wie immer. Das heißt, ich kann entweder in der Komfortzone drinbleiben und sagen, oh nee, traue ich mich nicht. Ja. Ich kann aber auch so unzufrieden sein mit meinem Leben und habe so die Nase voll, dass ich so eine Wut langsam habe und diese Wut in Mut umwandle. Und mit diesem Mut aus dieser Komfortzone rausgehe und die Angst mitnehme und sage, okay, die Angst gehört dazu. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Und ich mache den Schritt jetzt trotzdem und dann komme ich ja dahin. Und jedes Mal, wenn man die Angst überwunden hat, ist es ein Stückchen, es ist ein Erfolg. Es ist ein Erfolg. Man hat Erfolgserlebnisse, wo man eigentlich gar nichts gemacht hat, aber man hat jetzt mal die Angst ein Stückchen überwunden. Das ist vielleicht auch der Weg, weil es gibt auch einem Energie. Es gibt Energie zurück und Kraft, würde ich jetzt mal sagen. Das Selbstwert wird enorm gesteigert. Also darum geht es ja. Immer in die nächste Komfortzone zu gehen, sorgt dafür, dass unser Selbstwertgefühl gestärkt wird. Unser Vertrauen in uns selbst, der Glaube in uns selbst wird dadurch gestärkt, indem wir immer den nächsten Schritt gehen, den nächsten Schritt, den nächsten Schritt. Dann kommen wir sozusagen ganz einfach, stärken wir dadurch unser Selbstwert. Ich will damit nur sagen, es geht nicht darum, immer in der Vergangenheit drum zu wühlen und immer das alles aufzuarbeiten. Das kann man machen, muss man aber nicht. Man kann auch einfach nach vorn gehen. Einfach die nächsten Schritte gehen, die nächsten Schritte, wenn man sie kennt. Das heißt, wenn man sich schon mal ein Vision Board oder eine Vision überlegt hat und auch Ziele überlegt hat und seine Werte. Das Problem bei diesem, sagen wir mal, Ziele verfolgen, ist ja, dass da Hindernisse kommen, die man nicht eingeplant hat. Es kann auch sein, dass es sehr, sehr anstrengend ist und dass ich dann auch unter Stress bin. Angenommen, ich mache eine neue Firma auf und ich werde drei Jahre Verlust haben. Es kann auch sein, dass ich, also nur das Beispiel, ja, und ich habe keine schwarzen Zahlen und muss erst mal schauen, wie ich mit dem Geld hinkomme, wie ich meine Mitarbeiter zahle. Also ich habe dann auch Stress die drei Jahre. Jetzt ist die Frage, hier das Buch, Vollgas geben ohne auszubrennen. Wie kann ich trotz schwieriger Phasen im Leben, die vielleicht leider notwendig sind, wenn ich eine eigene Firma aufbaue, trotzdem in Balance bleiben? Ja, generell geht es um Selbstvertrauen. Ja, also wenn ich was Neues, wenn ich eine neue Firma öffne zum Beispiel, ja, dann bin ich mir dessen bewusst, dass ich auch erst mal durch bestimmte Durststrecken durch muss. Das ist völlig klar. Im Schnitt zwei Jahre, das ist ganz normal. Das Wichtige bei allem, was ich tue in meinem Leben ist, durchzuhalten, niemals aufzugeben. Das ist wirklich das Aller, Aller, Allerwichtigste. Und das unterscheidet die erfolgreichen Menschen von misserfolgreichen. Ich nenne sie auch erfolgreich, aber sie sind leider misserfolgreich. Das heißt, diese Durststrecken zu überstehen in dem Glauben und in dem Wissen, in dem Urvertrauen, ja, dass sie dazugehören und dass ich getragen werde. Und zwar durch mein höheres Selbst, durch mein eigenes Selbst, weil ich ja weiß, dass ich den richtigen Weg gehe. Der wird immer unterstützt. Das heißt, wir müssen dann ein bisschen aus diesem kleinen, kleinen raus in das größere Universum gehen, ja. Das heißt, wir werden auf unserem Weg getragen, wenn wir es zulassen. Wenn wir nur kopflastig sind, dann haben wir ständig Angst. Das funktioniert nicht. Ständig Angst, oh, wie soll ich das jetzt überleben, wie komme ich jetzt hier durch. Nee, es gibt immer Wege, immer Lösungen. Und deswegen ist es ganz wichtig, lösungsorientiert zu denken. Das muss man sich wirklich angewöhnen. Aber was bedeutet es, lösungsorientiert zu denken? Nicht im Problem zu bleiben. Also, ich habe das Problem. Aber wenn ich die Lösung jetzt nicht weiß. Ja, aber solange ich in dem Problem bleibe und immer nur jammere und allen von meinen Problemen erzähle. Dann wird es immer größer. Dann ganz genau bleibe ich in dem Problem. Und wenn ich die Lösung noch nicht habe? Wenn ich die Lösung noch nicht habe, dann schreibe ich mir entweder das auf einen Zettel oder sage es mir in der Meditation oder jeden Tag. Denke einfach mal darüber nach und sage, wie sieht die Lösung aus? Ich brauche eine Lösung für das Problem jetzt. Oder denke etwas ganz anderes. Kommt vielleicht nebenbei. Kommt sowieso. Es kommt. Entweder durch einen Menschen, durch einen Satz, durch eine Idee, durch irgendwas. Es kommt. Indem ich mir die Frage stelle. Es geht um Fragen. Immer um Fragen, nicht um Sagen. Indem ich mir die Frage stelle. Wie sieht die Lösung hier aus jetzt? Wie sieht jetzt hier die Lösung aus? Das heißt nicht, dass sie sofort kommt oder dass mir jemand sagt, ja, dort ist es auch. Sondern, dass dann erstmal Ruhe ist. Die Lösung kommt zu 110%. Aber dieses Vertrauen zu haben, dass die Lösung kommt und die Lösung auch zu sehen, das ist die Kunst. Das ist die große Kunst, das Vertrauen freizusetzen, das wir ja als Kind noch haben. Aber dann in so einer schwierigeren Situation das Vertrauen zu haben, ich mache jetzt einfach weiter. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie es wird, wie ich es schaffen soll, aber ich mache jetzt einfach weiter. Und dieses Vertrauen freizusetzen, es ist ja wie eine innere Haltung eigentlich. Was hilft denn auch zu vertrauen ins Leben? Also ins Leben zu vertrauen zu können und einfach sich hinzugeben, dem Prozess. Was hilft da? Ich meine, klar, der spirituelle Prozess, ja, indem man meditiert, sich mit seinem höheren Selbst in Kontakt setzt. Viele machen das, indem sie beten, ja, zum Beispiel ist ja auch nichts anderes letzten Endes. Es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten, sich spirituell mit dem höheren zu verbinden, mit dem höheren Selbst, was wir ja sind. Wir sind ja in unserem eigenen höheren Selbst und das höhere Selbst ist in uns. Also wir sind ja, das ist ja eins und das anzuzapfen, darum geht es. Und das können wir nur in der Stille. Die Stille ist dazu da, nicht mehr nach außen zu gucken, sondern nach innen, mich nach innen zu wenden. Und in der Stille zapfe ich das höhere Selbst, mein höheres Wissen an, weil das höhere Selbst hat alle Informationen und da ist ja auch die Lösung. Ich kann aber nicht, wenn ich im Ego bleibe, im Außen und mich nur in meinem, wie so ein Kreisel, in meinem Problem drehe und jammere und immer nur, ja, dann kann ich natürlich niemals gleichzeitig ins Innen kommen, ja, und die Lösung, die da ist, anzapfen. Das heißt, es ist ganz eminent wichtig, wenn ich Probleme habe, wenn ich etwas Neues aufbaue oder wenn ich weiterkommen möchte, dass ich regelmäßig jeden Tag mich nach innen wende. Ja, viele sagen, oh, ich kann nicht meditieren, das, ja, oder haben mit dem Wort Meditation schon ein Problem, weil sie denken, es ist esoterisch oder so. Also, darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht nur darum, nach innen zu gehen. Du kannst auch nur denken. Ja, einfach denken. Positive Gedanken, indem du dir positive Fragen stellst. Einfach die Augen zumachen und nur über dein Problem, in dem Fall über die Lösung nachdenken, indem du dir sagst, wie sieht die Lösung aus? Und dann mal die Gedanken ausschalten, die da kommen. Oder auch die Frage positiv formuliert, wie könnte es klappen? Egal wie, ne, was eben zu dir passt, ja, und das kann man sich auch aufschreiben, weil das Schöne ist, wenn du es aufschreibst, manifestierst du es ja stärker und dann wirklich den Zettel auch mal liegen lassen und mal weggehen vom Problem und von der Lösung. Ja, das meinte ich, genau. Ja, mal eine Pause, weil in den Pausen realisiert es sich. Geschickt viel. Genau, ne, und dann kann es sein, dass dir Menschen ins Leben geschickt werden oder dass du wirklich irgendwas liest, irgendwas, ne, und auf einmal wirst du inspiriert und kriegst die Lösung. Ja, das ist sehr, sehr vielfältig. Also, das Leben ist genial. Und wie bekommt man mehr Energie, um dann seine Vision auch umzusetzen? Ja, na, indem man erst mal auf seinen Körper achtet, einerseits, ne, also sich gesund erhält, ein gesunder Darm ist ganz, ganz wichtig, dass man auch einen gesunden Geist hat. Und im Darm selbst, wie gesagt, werden ja so viele Neurotransmitter hergestellt, das Glückshormon, ja, wir wollen ja glücklich sein, das Serotonin brauchen wir, ne, und das wird ja zu 95 Prozent im Darm hergestellt. Das Dopamin brauchen wir, wir brauchen eben ganz viele Aminosäuren, wir brauchen Vitamine, Mineralien, wir müssen Magnesium, ja, also wir brauchen diese ganzen Sachen, wir müssen unserem Körper über 50 Vitalstoffe pro Tag geben, ja, der Zelle, dass sie funktioniert. Das ist die Grundlage, dass wir Energie haben, dann Sport treiben und uns mental fit halten. Ich empfinde es auch so, ich glaube wirklich, das Essen, das Essen, ja, ohne Essen leben wir nicht und ohne Trinken, das ist die Basis, weil sonst kann ich nichts manifestieren. Wenn der Körper nicht in Ordnung ist, dann habe ich keine Kraft, irgendwas zu manifestieren. Deswegen ist es auch wichtig, dass ich einfach, dass es mir körperlich gut geht und dass ich mit meinem Körper gut haushalte. Sprich jetzt Entspannung, Schlafen, Sport, Essen, ist sehr wichtig, aber weil du ja auch Heilpraktikerin bist, die sich sehr gut mit dem Darm auskennt, könntest du nochmal ganz kurz erklären, was ist denn wichtig, um seinen Darm gesund zu erhalten? Also wichtig ist, dass man, also abgesehen von der Ernährung, ich gehe immer so ran, dass ich sage, also optimal ist eigentlich eine Ernährung, die blutgruppengerecht ist, ja, weil unsere Genetik, unsere Blutgruppe ist, wie sie ist, ja, von Anfang unseres Lebens bis wir sterben, ja, und die Blutgruppen sind nun mal unterschiedlich entstanden, ja, Blutgruppe A ist hier die häufigste, die ist nun mal erst 10.000 Jahre alt, Blutgruppe 0 hingegen ist schon sehr, sehr alt, ja. Also, dass man auch da mal schaut, dass man zum Beispiel bei der Blutgruppe A eben nicht so viel Fleisch isst, das ist ja die vegetarische Blutgruppe, sondern höchstens Hühnchen oder Fisch, wenn man tierische Produkte isst, ja, und bei Blutgruppe 0 zum Beispiel oder B oder AB, die brauchen jetzt viel hochwertige Proteine, ja, die können zum Beispiel auch Fleisch essen, natürlich immer biologisch, ja, das ist klar, also wenn wir jetzt die Ethik, ist das selbstverständlich jetzt mal die Grundlage, ne, so, und dass man einfach da mal ein bisschen schaut, wie sollte ich mich überhaupt ernähren? Und, dass man inspirativ oder intuitiv isst, worauf habe ich jetzt Appetit? Ah, ja. Ja, wenn ich Vegetarier bin zum Beispiel, aber spüre, ich habe total Appetit auf Fleisch, dann kann ich mich entscheiden, möchte ich mal Fleisch essen oder bin ich radikaler drauf und sage, nee, generell gar kein Fleisch, so, dann brauche ich aber trotzdem Proteine. Entweder ich esse dann eben ganz, ganz viel Gemüse, ja, oder Hülsenfrüchte, die haben aber auch einen hohen Stärkeanteil, ja, oder nehme Proteinschick zu mir, einen hochwertigen, ja, oder sage, okay, in dem Fall esse ich einfach mal Fisch oder ich esse einfach mal ein Stück Fleisch, was biologisch ist. Das heißt, einfach fühlen, fühlen, worauf habe ich Appetit? Und die meisten, die im Stress sind, die möchten ja erstmal ganz schnell Kohlenhydrate, schnell befriedigen, ja, weil der Körper natürlich, das ist auch eine Gefahr natürlich bei Leuten, kann ich gleich in dem Zusammenhang sagen. Leute, die ganz stark gestresst sind, die, da gibt es ja Menschen, die sagen, okay, ich bin chronisch krank, ich habe Schmerzen, die, dafür die ist ja sinnvoll, sich ketonisch zu annähern, also wirklich ohne Kohlenhydrate, also Beeren und so schon, aber keine einfachen Kohlenhydrate, keine Mehle und so weiter. Das Problem ist nur bei denen, die brauchen Kohlenhydrate, weil wir brauchen Kohlenhydrate, um uns glücklich zu fühlen, weil Kohlenhydrate wiederum das Serotonin aktivieren. So, aber die Frage ist eben, esse ich jetzt nur mal einen Zucker oder nehme ich ein komplexes Kohlenhydrat, ja, also zum Beispiel, wenn ich Blutgruppe A habe, Buchweizen, ja, mache ich mir einen schönen Eierkuchen mit Buchweizen zum Beispiel, Buchweizenmehl. Das ist auch eine tolle Sache, kann ich machen, ja, schmeckt gut, aber ich muss nicht auf Kohlenhydrate verzichten. Also, die Blutgruppendiät ist hilfreich für einen gesunden Darm, habe ich das richtig verstanden? Das ist keine Diät, das ist ganz wichtig. Ernährung. Es ist eine Ernährung, die, wo wir einfach ein bisschen beachten, welche Blutgruppe habe ich und sollte ich mich eher mit, eher proteinreich ernähren oder sollte ich eher auch Kohlenhydrate fokussieren, wie die Blutgruppe A. Ja, natürlich, die kann viel besser Kohlenhydrate verstoffwechseln, aber eben, ich sage mal, die normalen Kohlenhydrate, das normale Mehl, der normale Zucker oder so, das ist für niemanden gut, weil der zu Entzündungen führt. Ja, aber es gibt eben sehr gute Alternativen für Kohlenhydrate und das ist eben eine Grundlage für den Darm und unser Mikrobiom, was wir im Darm haben, das ist ja, das sind ja Milliarden von Bakterien. Da haben wir gute, da haben wir schlechte, ja, ich will es gar nicht bewerten, aber das ist wie im richtigen Leben hier drin, ja, und je nachdem habe ich viele pathogene Keime hier drin, ja, Fäulniserreger, dann bin ich auch immer mies drauf. Ja, genau. Ja, weil, ist doch logisch, die, die drängen uns ihr Bewusstsein auf, weil alles hat Bewusstsein, das ist auch ein Aspekt, der sehr interessant ist, wo die wenigsten dran denken, dass die Lebewesen, die hier drin sind, ja auch ein Bewusstsein haben und die drängeln uns ihr Bewusstsein auf und wir wundern uns manchmal, warum bin ich depressiv, warum habe ich depressive Verstimmungen? Das hat ganz viel Sinn. Ja, warum habe ich so ein Morgenblues, ja, oder warum bin ich auf einmal so schlecht gelaunt, ich kann immer auch nicht glücklich sein innerlich und dann denken wir immer, ja, na klar, meine Vergangenheit, das war ja alles so schwierig und mit meinen Eltern und so, ja, das mag alles sein, aber es ist nicht immer die Vergangenheit, es ist manchmal der Darm. Es ist so. Und ich habe sehr häufig schon eben gesehen, wenn wir den Darm entgiften, ja, wir machen so in den 16 Tagen Entgiftungskur, dass dann auf einmal die Psyche auch besser ist. Viel, viel besser ist. Klar, wenn es einem körperlich gut geht, kann man besser manifestieren, zweifelsohne. Liebe Katrin, ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Schauen wir jetzt zu dir umfassend. Du hast 30 Jahre eine Praxis und du hast den Selbstliebe-Integrationsprozess entwickelt, damit Menschen in die Selbstliebe kommen und auch ihr Leben verwandeln können. Du bist spezialisiert auf natürlich auch körperliche Krankheiten, unter anderem haben wir jetzt schon gesprochen, chronische Krankheiten der Darm, systemischer Coach und du hast auch, du bietest eine Ausbildung an, man kann bei dir auch Seminare, Kurse machen, sich weiterentwickeln, du gibst da ein bisschen weiter. Und du hast jetzt auch noch dieses Buch geschrieben, eben, ich halte es nochmal in die Kamera für die Zuschauer, Gas geben ohne auszubrennen, also es ist praktisch das Buch gegen Stress und fürs Umsetzen von Lebenszielen, sage ich jetzt. Was ist deine Vision? Wieso machst du diese ganze umfassende, tiefgehende Arbeit? Wieso machst du das eigentlich? Ich denke, alles, was wir in unserem Leben machen, dient unserer eigenen Persönlichkeitsentwicklung, es sind unsere eigenen Schritte und Menschen haben was davon. Also auch deine Arbeit, jeder, der seine Arbeit macht, hilft da mit anderen Menschen. Und meine Vision ist schon immer, dass ich Menschen helfen möchte, glücklicher und gesünder zu werden. Und deswegen habe ich immer das Thema Gesundheit und Beziehungen automatisch, ist für mich eine Sache. Und ich mache den Selbstliebe-Integrationsprozess, den habe ich ja über die Aufstellungsarbeit entwickelt. Das heißt, da gibt es direkt Aufstellungen dafür, Love is Simple heißt es. Und dort gehen wir Schritt für Schritt wirklich von der Empfängnis, angefangen über das innere Kind, über das pubertäre Jugendliche, über die Erwachsenen in ihren verschiedenen Stadien und lösen dort die Stressthemen auf. Dass dann es viel, viel leichter ist für die Menschen, wirklich in ihren Selbstwert zu kommen, sich selbst wertzuschätzen, Sachen umzusetzen. Denn jemand, der sich selbst nicht erkennt, der nicht in seiner Selbstliebe ist, der wird nichts umsetzen. Weder aus dem Buch, noch sonst irgendwo. Der wird immer nur aufnehmen, hören, ja, aber bei mir klappt es ja nicht. Bei mir ist es ja anders. Ja, genau. Bei mir ist das Leben viel zu stressig. Die hat ja gut reden. Ja, so, nee, wir haben alle, wir haben alle ein volles Leben, ja, weil das Leben entwickelt sich immer schneller, immer schneller, immer schneller, ne, das ist klar. Wir haben, es ist nicht mehr wie vor 40 Jahren. Genau. Ne, so, und wir müssen jetzt mitkommen, halten. Und du merkst schon, ich sage viel Muss und Müssen, ja, das ist immer wie so ein Druck, ja, das ist sowieso jemand, der Stress hat, der fühlt sich unter Druck. Immer dieses Muss, immer dieses Muss. Und es gibt ja zwei Muss, es gibt dieses Muss, was ich tun muss für mich, es kann eine Sogwirkung haben, ja, also dieses Sein, meine Vision, ja, und dieses Tun dazu, das ist ein Muss, ein positives Muss, ja. Und es gibt ein Stressmus, was mir so hier oben auf den Schultern hängt, was negativ besetzt ist, ne, so. Und es ist eben ganz wichtig, dass, wenn ich mich entwickeln möchte in meinem Leben, wenn ich raus möchte aus meinem alten Leben, ja, dann muss ich, das positive Muss, muss ich mich in meiner Persönlichkeit entwickeln, sonst komme ich aus dem alten Leben nicht raus in ein neues. Ja, und dafür brauche ich eine Vision. Wo will ich denn hin? Und dabei hilft dieses Buch. Es hilft einfach, deine Vision zu finden, es hilft einfach, dich selbst zu erkennen überhaupt und dir Mut zu machen, dass du es auch schaffst, weil du bist nicht allein. Es geht uns allen so. Mir geht es ja selber so oder ging es verstärkt so, deswegen habe ich das ja überhaupt geschrieben, ja, und auch zentriert geschrieben. Es ist nicht, das ist kein Gelaber ewig, sondern es geht darum, dass wir was erreichen gemeinsam, ja. Und jeder kann sich ja auch bei mir melden und ich kann jeden auch dann unterstützen, wenn er das möchte. Auf jeden Fall bin ich begeistert, du merkst schon, ja, von dieser Sache und nicht nur von diesem Buch, sondern von dem ganzen Leben, ja, von der ganzen Persönlichkeitsentwicklung, die dahinter steckt. Danke dir sehr für diesen Einblick deiner Arbeit und deine Vision. Danke dir sehr für das Gespräch. Danke dir auch. Liebe Zuschauer, wunderbar, dass ihr dabei wart. Ihr findet Informationen unter dem Video, da könnt ihr auch dann draufklicken auf die Links gleich und kommt zu Katrin Günther, kommt natürlich auch zu mir. Informationen zu meiner Arbeit, zu meiner Interviewarbeit und ich freue mich sehr, wenn ihr Kommentare schreibt und dann bis zum nächsten Interview. Bis bald, eure Bettina. Bis bald, eure Bettina.